aber war leider nicht so naja wie macht man nicht diesen rüstungsstände das weiß ich gar nicht ich kenne das rezept für den ich das musst du wirklich im wiki nachgucken weil ich irgendwas mit stöcken und ich weiß gar nicht ob du dafür eisen brauchst also den besteht aus holz ja keine ahnung vielleicht brauchst du trotzdem eisen damit das stabil ist ich weiß es doch nicht kannst du mal kurz google google ist dein freund ich nehme mal kurz den eimer mit mussten der anpasst du den einmal hier sind einmal und dann werde ich mal oben ein kleines wasserreservat hinsetzen damit ich nicht mehr so oft hoch und runter dann muss weil wegen ich bin faul also wenn ich gleich anfangen zu weinen und einfach aus diesem zimmer hier gehe damit du bescheid weißt dann bin ich mit dem eimer von der plattform gefallen so im moment ist hier oben nichts alles gut und wie baut man das gute ding warten auf die ergebnis ach so du bist noch nicht so weit ich habe gedacht du bist schneller was das angeht so ein wasserreservat es funktioniert ich glaube die fahrer schmisch wieso was haben sie jetzt schon wieder böses zu hinsen hat ja der ist so schnell wie mit holz du um halb stufen geht mache ich gerade basiert nicht so wie er das steht auch basiert nicht ok das merkwürdig bist du sicher dass du es richtig machst bist du sicher dass du simple crafting anweisungen befolgen kannst bis los wie zu lachst du so wie ein schelm komisch dass mich ich habe spaß im leben so das spaß am angriff ja da das habe ich nicht hör mir auf mit diesem spiel krieg ja schon zu viel wenn ich das nur höre ich könnte irgendwas essen jetzt eigentlich muss man gestehen schon wieder mindestens eine stunde her seitdem ich das letzte mal was gegessen habe zu spät da muss ich ja noch runde hake ich mir wird machen hast gefällt beim bauen habe ich doch gesagt dass du versagt hast wirst du bist du bin auf der steinfarm du blind fisch okay pass auf haha was tun wir da jetzt drauf rüstung die die wir nicht haben irgendwie traurig und jetzt stell dir vor wir hatten kürger weiß man das erste was wir machen erstmal leder rüstung bauen oder da draufsetzen einfach nur weil wir es können lalala lalala steine fahren macht spaß und das ist absolut nicht eintönig obwohl die aufnimmsten muss steine kloppen ja du bist ja auch am steine kloppen ja guck nur weil der stefan jetzt hier so faul war anstatt sich hier einmal in spectator mode hier irgendwo hin zu fliegen weißt du und und aufnahme laufen zu lassen nein ich mich feiner ja ich lege mich ins bett schöne grüße an dieser stelle an dich aber ja der mann ist bestimmt schwer beschäftigt im leben also jetzt ohne sarkasmus auch wenn es jetzt leider so geklungen hat bestimmt morgen mehr mehr zu tun als ich zumindest morgen früh wickel was machst du denn jetzt heute morgen schlafen gehen ok was machst du sobald du aufstehst arbeit fahren schläfst du den ganzen tag fährst zur arbeit und setzt sich abends an pc damit du irgendwann ins bett kannst um direkt dann zur arbeit aufzustehen ja als hast du ein geiles leben also schläfst du quasi bis 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 spät und dann das ist durchaus sein ein interessanter lebensstil wenn ich mir das jetzt so überlegen also besteht dein leben aktuell aus irgendwas zocken schlafen aufstehen essen arbeiten auf der arbeit irgendwann mal was essen nach hause kommen essen vielleicht mal aufs klo gehen oder sich waschen oder so einen schwachsinn und zocken und dann halt quasi der rhythmus von vorne ja boah hast du ein geiles leben ja ne scheiße meine spitzsack ist hinüber die war noch gut die war neu ich glaub die haben die haltbarkeit hier niedriger gemacht ich kann es dir leider nicht beantworten aber ich will es nicht wissen aber ich habe auch schon fast drei stack steine wissen ist gut es geht flott ja ich bin froh dass ich bin der meinung das hast du gut gemacht hier auch wenn es eine richtige qual war bis du so weit hattest und ich irgendwie alles andere was ich auf dieser welt jetzt gerade befindet gebaut habe und du diese steinform errichtet hat er ich habe halt aber profitiert von den ganzen testläufen ob das wasser jetzt richtig fließt er hat sich dadurch material bekommen habe dann spitzsack ist hin ja ja manchmal muss man sich einfach hinstellen und 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 meinen oder so ist natürlich der titel des spiels minecraft obwohl das dann mehr auf die mine bezogen ist auf die man sich begibt das ist unsere mine hier das ist harter shit ja sag mal wie geil fängst du denn eigentlich an du hast ja schon all das equipment zu hause liegen wann geht es bei dir los mit dem netzplan ich bin dafür also ihr könnt ihr alle mal in die kommentare schreiben wiggle ultra hardcore skyblock also advanced skyblock killing ender dragon lp ja also ne advanced also dann noch mit anderen inseln wo es tiere gibt und so und so und halb ja also ein bisschen angepasst jetzt an die ganze sache ok bei ihnen sowohl in der ender portal ist ja ja klar weil sonst geht das ja irgendwie nicht weißt du das ist also eine quest die du nicht schaffen kannst das wäre irgendwie totaler nonsens wollen wir eine mal bauen so nennen sie ja wir können ja mal gucken also man kann ja mal sich so hinsetzen und gedanken dazu machen dazu aufnehmen die bauen hat stimmt das können wir echt machen aber gut jetzt muss man sich überlegen was brauchen wir eigentlich so gesehen exakt jetzt dafür weil standard skyblock ja einfach ein paar inseln und noch weiter weg anbauen ja gut ne da musst du dir aber gedanken machen wie sehen die inseln aus aus was bestehen so und was ist da drauf vor allem jetzt können wir alles noch machen ja damit anfangen und dann müssen wir quasi auch noch eine art quest lock vorgeben weil du musst ja irgendwie das neue nutzen können weil wenn du jetzt einfach hingehst und sagst hier hast du das das neue skyblock aber das bleibt trotzdem also gute quest ausdenken ich kann mir quits ausdenken oder aufgaben kostet nur so gut ausdenken ich weiß ja nicht wer dir das erzählt hat aber ich suche mir arbeit die ich an sich meine jetzt ich meine das jetzt ok das ist so viel spiele schon gespielt und alte spiele wo ganz viel größer du hast keine spiele gespielt in deinem leben doch schon ja siehst du schon mit allgemein aber du merkst sie doch alles ich merke mir alles sagt sagt ich merke mir alles ich weiß noch exakt was ich wann gespielt habe genau ich weiß auch noch bei pokémon war nicht welches taub sie wie besiegt habe ja siehst du bitte nein von was ist los mit dich niemand merkt sich sowas das ist nonsens sich sowas zu merken das ergibt doch gar keinen sinn wieso soll ich mir merken weiß ich nicht und wir können auch die zuschauer dann fragen nach quests ich vorstelle ja gut dafür müssten wir die map dann halt bauen ja guck mal das könntest du dann aufnehmen dann hättest du quasi eine art startprojekt hör mal ja ich bin ja dabei ich unterstütze dich ja okay ich unterstütze dich und dann können wir die auch auf hier im minecraft forum hochladen quasi so und zum download bereitstellen weißt du ja und dann kriegen wir zehn milliarden klicks und ich fack mich über diesen regen ab schon wieder schon ausgemacht ja und ja und dann werden wir rich und kriegen alle alle bitches und so weißt du ja ja you know what i mean oh god okay also die wände stehen jetzt brauchen wir nur noch den zweiten boden und den zweiten stolz ich weiß es noch nicht wir haben ja nicht mehr so viel holz aber wir brauchen also ich werde jetzt erstmal aus stein anfangen aber ich brauche jetzt erstmal noch drei leitern ich hab noch stein also du kommst grad zurück ja ich komm muss eh zurück ich muss drei leitern holen jetzt stein ja jetzt hör auf hier ist der hat alles ein Grund hier guck mal guck mal du du meinst du baust du alles verbessert alles und tötest dich dabei doch nur jetzt schmeiß mal stein hin oder tu es in die kiste oder so achso du willst stein haben ja klar also wieso nicht hast du wo habe ich in der kiste ja was ist das denn ein steck und zwei ist ja nichts hab ich ja mehr gefarmt schämlich wiegel du brauchst redstone kannst automatisch bauen geht schneller genau du du suchst du meinst nach redstone und ich baue die monsterfalle fertig alles klar ja ok also meine maus ne ich hab an der seite von meiner maus solche solche gummi pads sag ich jetzt mal ne wo du so halt so grip flächen sag ich jetzt ne also das ist nicht einfach nur plastik hülle sondern da ist auch noch so eine art gummi drauf ne so ne haus spitz hacken gehen ja dann bauen wir neue bau mal einfach weiß ich nicht 20 neue ok wir haben kein stein wir haben kein stein ich trinke ok gut ne der ertrinkt nicht die fallen und sterben also wir könnten die natürlich auch ertrinken lassen aber das finde ich irgendwie nicht so nett genüsse ich jetzt mal gestehen und ja es geht bei mir nach nettigkeit was mit dass die ertrinken können oder klar können die ertrinken das sind doch tot ja und zombies glätten sind tot warum sollen die ertrinken äh wieso nicht gut dann stellt sich natürlich die frage ob die ein gehirn besitzen wir trocken ja ein gehirn bei manchem text ja siehst du und ein gehirn muss mit sauerstoff versorgt wenn wir das funktionieren oder denn n die e die 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 Untertitelung des ZDF, 2020